Das müsst ihr euch mal vorstellen. Gerade ist in einem Jugendheim eine geile Beach-Party-Feier. Und ich könnte jetzt dort sein, isst und was trinken, mit ein paar Mädchen vielleicht reden. Nee! Ich spiele hier Fortnite. Aber dafür ein gutes Fortnite. Denn heute mal wieder eine Challenge wie in den letzten zwei Videos auch schon. Die Aufrufe gehen da ja ziemlich steil bei den letzten Videos. Also, warum nicht, Digga? Dieses Mal gibt es die Kiste erraten Challenge. Ich muss nämlich die Seltenheit der Waffe erraten, die in dieser Kiste drin ist. Errate ich sie? Darf ich die Waffe behalten? Errate ich sie nicht? Muss ich leider die Waffe liegen lassen? Also, ich hätte gesagt, wir schalten das Visier an und legen los. So. Ihr könnt, by the way, auch, wenn ihr dieses Video gerade schaut, gerne gleich mal ein Like und ein Abo dalassen. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Und je mehr, desto besser. Dann versuche ich nämlich auch besseren Content für euch zu produzieren. Wie immer landen wir an einem unscheinbaren Ort, damit wir uns so gut wie möglich ausrüsten können. Ich nehme hier einfach mal hier den Strand in Angriff. Beziehungsweise zuerst das Haus, weil bei diesem Strand wird wahrscheinlich niemand landen. Beim Haus ist schon eher die Möglichkeit, dass ich mir da zuerst die Sachen sneaken kann, falls da jemand landet. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt dieses neue Format auf meinem Kanal findet. So vom neuen Schnittstil her und sowas. Ich mache ja jetzt nicht mehr so viele Memes bei den Challenges hier, sondern lasse wirklich mehr Gameplay drinnen. Und wenn ihr das wirklich feiert, dann gerne in die Kommentare damit und vielleicht auch Vorschläge für weitere Challenges und so. Würde mir auf jeden Fall das Leben erleichtern. Ich habe schon ein paar Challenges mir überlegt für die nächsten Videos. Es wird auf jeden Fall die nächsten Wochen einiges an Content kommen, da dürft ihr euch freuen. So, Waffen vom Boden dürfen wir leider nicht aufheben. Und da oben ist auch schon die erste Kiste. Ich sage, da ist eine grüne Waffe. Jawohl. Sehr schön, Bruder. Heilungsgegenstände sind natürlich mal wieder ausgenommen. Das wäre auch ein bisschen zu brutal, wenn ich das jetzt auch noch erraten müsste. So, hier kommt jetzt eine... Wieder eine grüne raus. Jawohl. Sehr schön. So lobe ich mir das. So, hier eine blaue Waffe. Oh, Digga. Yo. Aber, okay, die kann ich zwar nicht gebrauchen, aber trotzdem, Digga, wie geil. So, wir haben jetzt auch schon mal guten Mets für den Beginn. Das ist sehr schön. Übrigens, den Loot von Gegnern darf ich auch nicht aufheben. Also, es bestrengt sich wirklich auf den Loot, den ich in den Kisten bekomme hier bei dieser Challenge. Eine Schrotze könnte ich jetzt halt noch gut gebrauchen. Weil ohne Schrotze wird das hier, ja, ziemlich scheiße. Oh, in dieser Kiste wird was Blaues drin sein. Ich hab's dem Gefühl. Schade. Aber hätte ich ja nicht mehr gebrauchen können. Äh, in der ist jetzt, weil ich so gut versteckt war, war das Lieblings drin. Oh, Digga. So, okay, Zone kommt. So, Holz ist schon mal full. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und hier wird hoffentlich noch eine Kiste drin sein. Ähm, Grün. Ja! Ja! Oh mein Gott, Digga. Okay, 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 okay. Jetzt können wir uns auch schon in Kämpfe einmischen. Jetzt ist das nicht mehr so wild. Äh, Blau. Nein, das ist falsch. Oh, nochmal Blau. Mann! Gibt's doch nicht. Nochmal Blau. Digga! Nur Grün, das gibt's nicht. Blau! Digga! Ich will mir hier die nur grüne Waffen-Challenge oder was? Ja, Mann, Digga. Voll gefällig, Gott. Und auch noch voll nehmisch kassiert, so lobe ich mir das. Grün. Fuck, Digga. Jetzt kommt was Blaues nach fünf Jahren, Alter. Oh, Digga. Was würde ich jetzt für diesen Loot geben? Oh mein Gott. Es leben nur noch acht Leute. Bruder, wie schnell ging diese Runde jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Warum bekomme ich immer so nen Loot hier, wenn ich ne Challenge mache, Digga? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja bodenlos. Blau, Blau. Es ist blau. Und hier ist noch ne Kiste, ich fühle es. Ja, grün. Ja! Endlich ne gescheite Maschinenpistole. Okay, let's go, let's go, let's go. Jetzt kann es hier was werden. Was sind denn die Gegner, Digga? Ganze Runde nix los. Aha, aha. Da gehen wir doch gleich mal hin. Da brauchen wir auch ein bisschen Action jetzt. Okay. Jawohl, let's go, Digga. Nur noch zwei. Blau. Oh. Oh. Aber die Fighten. Die hat sich schon mal eingetörtelt. Die hat sich schon mal eingetört. Oh. Easy, Digga. Easy. Oh mein Gott. First Try Challenge gewonnen, Digga. Ich glaub's nicht. Geil, 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 geil. Das hat doch auf jeden Fall ein Abo und ein Like verdient, Leute. Oh, Bruder. Wie geil. Wie geil. Jo, dann hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen hier. Lasst doch auf jeden Fall, wie gerade schon gesagt, ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 권